Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir den deutschen Zerstörer auf Stufe 8, die Z46 am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbesserungen eingebaut sind. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Schiffen auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich Ziesystem Mod 1, um einfach die Streuung ein bisschen besser zu machen. Außerdem haben wir auch eine bessere Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer. Im zweiten Slot nutze ich Antriebsmod 2, um einfach schneller beschleunigen zu können. Das ist natürlich immer super. Im dritten Slot Tarnsystem Mod 1 für den besseren Tarnwert. Und zu guter Letzt noch Hop-Batterie Mod 3, um einfach die Ladezeit der Hop-Batterie etwas zu verbessern. Alternativ könnte man aber auch überlegen, das Schiff ein bisschen mehr auf Torpedos zu spielen. Und dort dann quasi Torpedowerfer Mod 3 zu nutzen. Ich habe mich hier aber doch eher für die Hop-Batterie entschieden. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Nebelerzeuger mit zwei Aufladungen mit einer Dauer der Nebelwand von 69 Sekunden. Was nicht unbedingt sonderlich lang ist, dafür dass wir nur zwei Aufladungen haben. Als drittes den Motorboost mit zwei Aufladungen. Und zu guter Letzt noch das Sonar mit zwei Aufladungen mit einer Torpedorortung von 3,1 Kilometern und einer Schiffsortung von 4,4 Kilometern. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 32 Punkte. Trefferpunkte sind 19.900, was auf jeden Fall überdurchschnittlich ist für die Stufe. Panzerungen sind 13 bis 20 Millimeter. Bauen uns natürlich auch hier die Panzerungsgruppen an. Aber nichts wirklich Besonderes zu erwähnen für einen Zerstörer auf der Stufe. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 24 Punkte. Und bei der Hauptbatterie haben wir 3x2 128 Millimeter Geschütze. Mit einer Feuerreichweite von 10,7 Kilometern, was etwas unterdurchschnittlich ist. Einer Ladezeit von 4 Sekunden, was mehr oder weniger im Durchschnitt liegt. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 10 Sekunden, was auf jeden Fall etwas besser ist wie der Durchschnitt. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 1500 bei einer 7%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 3000. Damit haben wir leider einen stark unterdurchschnittlichen HE-Schaden pro Minute. Allerdings ist das Schiff auf jeden Fall ein guter Feuerstarter. Also auf jeden Fall für das eine oder andere Brännchen zu haben. Und wir haben einen sehr guten AP-Schaden pro Minute. Bei den Torpedos haben wir 23 Punkte. Und dort haben wir 2x4 533 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 90 Sekunden. Was auf jeden Fall eine sehr gute Nachladezeit ist. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden liegt bei 14.400, was auf jeden Fall ein schlechter Wert ist für die Stufe. Torpedowerkennbarkeit zu sehen sind 1,4 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Torpedoreichweite sind 10 Kilometer, was etwas unterdurchschnittlich ist. Und die Torpedogeschwindigkeit sind 67 Knoten, was auf jeden Fall überdurchschnittlich schnell ist für die Stufe. Und damit haben wir leider einen etwas unterdurchschnittlichen Torpedoschaden pro Minute. Bei der Flugabwehr haben wir 49 Punkte. Und dort haben wir 3x4 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 18 und einer Reichweite von 2 Kilometern. Dennoch 4x2 37 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 41 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 3x228 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 45 und einer Reichweite von 5 Kilometern. Damit haben wir leider eine minimal unterdurchschnittliche Flugabwehr für die Stufe. Allgemein gibt es dort auf jeden Fall deutlich bessere Zerstörer, was die Flugabwehr angeht. Sogar auf unteren Stufen, zum Beispiel eine Kitt oder eine Friesland, sind dort nochmal um Welten besser. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 85 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 37,5 Knoten, was minimal unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Wendekreisradius sind 670 Meter, was genau im Durchschnitt liegt. Guter Stellzeit sind 4,5 Sekunden, was etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 91 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 6,8 Kilometer, was auf jeden Fall etwas besser ist wie der Durchschnitt. Erkennbarkeit zur Luft sind 3,4 Kilometer, was minimal besser ist wie der Durchschnitt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 2,5 Kilometer, was auf jeden Fall ein guter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Erich Bay mit der Basisfähigkeit verschlagen. Hier verbessern wir auf jeden Fall nochmal unseren Tarnwert, was natürlich super ist. Und geskillt habe ich einmal Aufmerksamer Zorn, um die Hauptbatterie etwas zu verbessern von der Ladezeit. Man könnte auch überlegen, die Torpedos ein bisschen besser zu machen. Ich persönlich finde aber die Hauptbatterie wichtiger. In der zweiten Reihe nutze ich Prüfnerblick für den besseren Tarnwert. In der dritten Reihe aufmerksam, um einfach weniger Schaden zu erleiden. Und auch noch den nächstgelegenen Gegner angezeigt zu bekommen durch die Funkortung, was natürlich sehr geil ist. Im vierten Slot oder in der vierten Reihe Nebel über dem Wasser, um die Nebelwand wenigstens ein bisschen zu verbessern. Als legendären Skill unaufhaltsam, was natürlich immer sehr angenehm ist als Zerstörer. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Jersey Swirsky, um noch einen besseren Tarnwert zu erreichen. Und den William Sims, um einiges an Trefferpunkten noch dazu zu bekommen. Das ist natürlich auch super gut. Gut, alternativ ist aber auch der Deng Shishang auf jeden Fall noch eine gute Inspiration. Hier kann man erstens den Tarnwert nochmal ein bisschen weiter reduzieren, wenn man vielleicht den William Sims nicht nutzen möchte. Und verbessert auch noch den Torpedo Schaden. Ich bleibe aber bei dieser Skillung und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. Okay, so, wir sind im Gefecht auf der Karte Norden im Herrschaftsmodus. Mit dabei der Senegal in der Buffalo und Master Jigsaw im Friedrich der Große. Ein legendäres Gefecht haben wir hier auf jeden Fall, auch wenn nur ein legendäres Startschiff pro Team ist. Zwei Kreuzer, zwei Zerstörer und insgesamt die fünf Startschiffe dennoch. Kagero und Z46 auch hier im Gegnerteam. Wir haben sogar den Vorteil, dass wir einen Zerstörer mehr haben. Wir werden selbstverständlich Richtung A fahren. Ich kann hier auch starten. Kagero sollte relativ einfach werden, falls wir Kagero auf unserer Seite haben. Z46 ist natürlich dann gleichwertig und es könnte auf jeden Fall schwierig werden. Speziell bei der Z46, ähnlich wie bei den deutschen Zerstörern im meisten, möchte man natürlich ein bisschen die Kombination aus der Nebelwand und dem Sonar nutzen, um selber quasi getan zu sein. Aber mit dem Sonar den feindlichen Zerstörer im Nebel aufzumachen. Das funktioniert natürlich nicht bei einer Z46, weil dort natürlich identische Reichweiten sind. Haben hier auf jeden Fall schon mal eine feindliche Cleveland, die aber schon gut getroffen wurde und erstmal wegdreht. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, dadurch, dass sich der feindliche Zerstörer hier nebelt, aggressiv nach vorne zu fahren. Haben hier leider auch die Z46 auf der Seite, den wir gerade hier durch unser Sonar aufgemacht haben. Hebeln uns jetzt hier, aber er wird uns wahrscheinlich auch mit seinem Sonar gleich aufmachen. Jetzt macht das an. Sind leider auch dadurch aufgeklärt von seinem Team, aber wir konnten schon gute Treffer reinbringen. Und der Zernigel konnte ihn rausnehmen. Sehr, sehr gut. Damit ist schon mehr oder weniger der gefährlichste feindliche Zerstörer draußen. Und wir hatten auf jeden Fall ein bisschen Glück, dass die zwei anderen Schiffe, die Jamba und auch die Cleveland, uns hier nicht wirklich viel beschossen haben. Sonst hätte es auf jeden Fall sehr, sehr kritisch werden können. Versuchen jetzt hier auch nochmal die Jamba runterzuschießen. Geht jetzt hier leider zu, vorübergehend. Die Cleveland kommt auch langsam zurück. Ist aber noch außerhalb der Radarreichweite. Hat ja 9 Kilometer Radar. Müssen wir aufpassen, dass er dort nicht innerhalb von den 9 Kilometern kommt. Torpedos sind auch gleich wieder nachgeladen. Jamba hat auf jeden Fall Schadensbegrenzungsteam genutzt. Hatten dort ja einen Brand mit unserer Hauptbatterie gemacht. Cleveland ist fast draußen. Unser Nebel leider weg. Einmal kurz nicht aufgepasst. Werden wahrscheinlich jetzt eine Salve der Jamba kassieren, bevor wir wieder hinter der Deckung sind. Hat sogar hier die AE geladen. Das tat auf jeden Fall richtig weh. Bisschen unaufmerksam gewesen meinerseits. Konnten aber jetzt hier einen permanenten Brand machen. Aber noch einen zweiten permanenten Brand. Und die Torpedos sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Noch permanente Flutung hinterher. Und noch einen dritten permanenten Brand. Also die Jamba wird jetzt hier absolut keinen Spaß haben. Mit drei Bränden und einer permanenten Blutung. Werden die Trefferpunkte jetzt nur dahin schmelzen. Ihr seht wie schnell es oben rechts nach oben geht. Quasi 3000 Trefferpunkte pro Tick. Und alles nur weil er ein einzelnes Feuer gelöscht hat. Und schon ist die Jamba draußen. Und die Seite ist auf jeden Fall schon mal gewonnen. Unser Team hat auf jeden Fall auf der anderen Seite auch schon einen Kill gemacht. Dort ein Schlachtschiff rausgenommen. Die Bismarck. Und wir werden jetzt hier versuchen Richtung Mitte zu fahren. Der eine Zerstörer der bei uns im B ist. Ist dort relativ offensiv. Fährt hier einfach in die feindliche Mogami rein. Wird wahrscheinlich raus gehen. Kagero ist auch draußen damit. Hat das Gegnerteam auf jeden Fall schon mal keine Zerstörer mehr. Und ja wie zu erwarten. Die ZF6 in der Mitte wird rausgenommen. Und wir haben auch noch ein weiteres Schiff bei C verloren. Aber alles noch soweit im grünen Bereich. Unsere Friesland nimmt bei C das Cap ein. Dann haben wir alle drei Caps. Und dann wird es punktemäßig schon unmöglich sein für die Gegner dort wieder von zurückkommen. Insofern sie nicht unser ganzes Team eliminieren. Und wir haben es natürlich jetzt hier auf die Yamato abgesehen. Da sind wir jetzt gierig drauf. Torpedos sind einsatzbereit. Ich will aber erstmal nochmal kurz abwarten. Was die Yamato hier macht. Bremst auf jeden Fall runter. Nutzen hier mal den ersten Torpedowerfer. Würde mal vermuten, dass er gleich anfängt rückwärts zu fahren. Das wäre so das typische auf jeden Fall. Deswegen setzen wir den zweiten Fächer auch nach hinten. Kommen hier leider minimal zu dicht ran. Aber das ist nicht so schlimm. Haben hier auf jeden Fall wieder Glück, was die Brände angeht. Direkt ein Doppelbrand konnten wir machen gegen die Yamato. Werden zwar jetzt hier nochmal gut von der Mogami getroffen. Aber unsere Torpedos treffen dort solide. Bei der Yamato. Auch wenn es keine permanente Flutung hier geworden ist. Muska-Lieber konnten wir uns hier auf jeden Fall mal abholen. Wir müssen jetzt hier unseren Nebel mal verlassen. Weil sonst die Mogami hier. Das Sonar eventuell nutzt. Okay, gar nicht mehr notwendig. Wir können aber trotzdem natürlich hier den Nebel für uns nutzen. Und die Yamato kassiert hier auf jeden Fall nochmal gewaltig von unserem Team. Und die Hop-Batterie plus Ferende sind genug, um auch noch die Yamato rauszunehmen. War ich ein bisschen unaufmerksam. 100 Meter zu dicht dran gefahren oder ein bisschen zu spät die Nebelwand gedrückt. Hätten dort nochmal die 4000 oder 5000 Leben, die wir hier nochmal verschwendet haben, damit behalten können allgemein. Wir haben eigentlich in der Runde fast ausschließlich Leben verloren. Durch ein bisschen Unaufmerksamkeit. Einmal, dass unser Nebel bei der Jamba schon ausgelaufen ist. Dass wir dort dann nochmal geschossen haben. Und hier, dass wir minimal zu dicht rangefahren sind. Hätten durchaus hier noch 100% Trefferpunkte mit ähnlichen Ertrag haben können. Aber spielt in der Runde auf jeden Fall überhaupt keine Rolle. Der Sieg ist auf jeden Fall garantiert. Ich hoffe natürlich, dass wir hier noch ein bisschen dichter an die Gegner rankommen können. Um dort nochmal ein bisschen was zu machen. Aber ich habe fast das Gefühl, dass uns dort unser Team zuvorkommt. Was natürlich auch in Ordnung ist. Sag mal mit 152.000 Schaden hier. Mit nur 5 Torpedotreffern können wir uns echt nicht beschweren. Also wir haben auch gut Schaden mit unserer Hauptbatterie in Kombination mit dem Bränden, die wir dort bekommen, haben gemacht. Natürlich auch ein bisschen Flutungsschaden gegen die Jamba. Aber ja, Z46 auf jeden Fall. Ein nettes Schiff definitiv. Wer die Z23 gerne spielt, der wird auch mit der Z46 ähnliche Erfolge haben. Die Schiffe sind doch schon sehr, sehr ähnlich von der Spielbarkeit und vom Spielstil natürlich auch. So, die Main ist jetzt hier der letzte verbleibende Verbündeter. Oder Verbündeter sei schon Gegner. Verbündeter haben wir noch mehr als genug. Können jetzt hier sogar nochmal ein bisschen drauf schießen. Machen aber kein Schaden und draußen ist der Gegner. 152.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 228 Hopp-Batterietreffern, 5 Torpedotreffer, 1 Flugzeug abgeschossen, 2 Ausfälle, 2 Schiffe zerstört, 9 Brände gemacht, 5 Wassereinbrüche, eine Eroberung unterstützt, 2 Schiffe aufgeklärt. Und dann gab es noch das Großkaliber. Gucken uns natürlich auch das Teamergebnis an, war auf jeden Fall eine starke Teamleistung, relativ eindeutig. Wir haben ja nur unsere zwei Zerstörer noch verloren und ein Schlachtschiff. Und im Gegnerteam sogar Kagero, bester Gegner, hat auf der anderen Seite, wo wir nichts von mitbekommen haben, doch gut aufgeräumt. Gucken uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. Dann haben wir dann 221.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit einem einfachen Booster und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Z46 gewesen sein. Wie ich schon gesagt habe, sehr sehr ähnlich vom Spielstil zur Z23. Wer die Z23 gerne spielt, wird auch mit diesem Schiff definitiv Spaß haben. Speziell natürlich die Kombination vom Sonar mit der Nebelwand ist auf jeden Fall stark. Sofern der gegnerische Zerstörer nicht die gleiche Kombination nutzen kann, wie zum Beispiel wir in dieser Runde hatten mit der feindlichen Z46. Dann geht das Ganze natürlich nicht ganz auf. Aber man wird so wenigstens auch nicht outplayed in der Situation. Die Hop-Batterie ist doch eher, wie ich bei den Werten gezeigt habe, doch im unteren Bereich oder unterdurchschnittlich definitiv. Aber die Trefferpunkte, die wir hier beim Schiff natürlich auch haben, in Kombination mit dem Tarnwert, das Gesamtpaket, auch die Torpedos. Das stimmt einfach, um einfach hier ein solides Schiff zu haben, was nicht wirklich irgendwas richtig gut kann, aber alles doch solide, was es dann rundum doch ein relativ brauchbares Schiff macht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo bei Spitze, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.